Hallo meine Liebsten und Willkommen zu Corsi 3. Ich habe es endlich hoch. Ja, ja, mit Lex müssen wir sehr lange werden. Endlich bekommen wir wieder zu starten. Ich hatte nämlich jetzt wirklich eine Woche locker Pause gemacht, bevor ich wieder aufnehme und weitermache. Hab gerade echt null Plan, wo wir stehen geblieben sind. Wirklich null Plan, wo wir stehen geblieben sind. Alter, hier leckt doch alles. Ich weiß bloß, dass ich irgendwann nochmal die Banditen umlegsen wollte, die auf dem anderen Weg nach Monterra hier waren. Ich habe gesagt, Monterra, Monterra? Ach, eine Eidechse. Eidechse zu. So. Das wollte ich mal gucken. Okara. Hm, egal. Erstmal nochmal herzlich gegrüßt. Wir gehen jetzt nochmal schön in Ruhe durch. Wieso habe ich noch den Org-Schwächter? Hier, Langschwert. Schön, Damage. Ich wollte sagen, wieso haben wir denn so etwas Schwaches an? So, den Helm haben wir. Und wir haben eigentlich noch so viele Aufgaben. Ich weiß noch, dass wir irgendwo Banditen waren, die die Kühe verwichsen. Mit einem Typen finden oder sowas. Die Kühe selbst muss man unboxen. Also eigentlich so viel, was ich noch habe liegen lassen müssen. Wir müssen hoch, ne? Äh, wie war ich mit? Ach Gott, hier. Nee, komm, komm, komm. Hier. Finde Xardas. Hey, hey. Gescheiter ist noch keiner. Wennzels verlaune Schwert. Eine Wolfshöhle südlich der Stadt. Nee, doch, die mehr möchte ich haben. Südlich der Stadt. Da hinten. Das machen wir jetzt einfach mal. Ach, ich habe gar keine Pfeile, ne? Doch, hier ist ein Bolzen. Scheiße. Nee, 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 nee. Da rüsten wir uns jetzt erstmal auf. Bevor ich hier voll in die Kacken habe. Das wird auch dunkel, ne? Ich kann mal bis zum nächsten Morgen. Oder bis in der Nacht. Was hätte ich nicht glauben? Ja, aber warum nicht? So. Aber die Musik ist nur für mich. Ich glaube, das hatte ich vergessen, wieder runterzusetzen. Entschuldigung, falls es zu laut war inzwischen. Nochmal herzlich willkommen. So. Bolzen. Ja, ja, erledigst du es selbst. Einfach und lecker. Dann glaubst du wirklich. Die Musik ändert mich immer an Band of Brothers. Ist ja auch im Abspann so schön. Ruhig. Ach, geh weg. Ich möchte jetzt erstmal die Waren. Und dann geben wir es mal wirklich alles schön durch. Oh, Degen. Zwei Hände. Bastardschwert. Zwölftausend? Mach ich aber mal. Bastardschwert war doch das Stärkste, glaube ich, was ich haben kann. Habe ich, glaube ich, noch so in Erinnerung. Aufkast. Aufkast. Aufgepasst. Hä, kann ich jetzt etwas schmieden? Ne. Hä? Wie ging das? Kann ich jetzt? Ah. Läuft. Hier. Bastardschwert. Was? Ich kann sechs herstellen. 16.000. Mir fehlt aber Stärke. Wieso fehlt mir Stärke? Ich habe Lernpunkte. Oh, shit. Alter, guck dir mal den Schaden an. Ich werde jetzt eine Mischung aus ein und zwei Händen. Alter. Der kommt ja nicht hin. 100 plus 10. Wartet. 4.800. Jetzt brauche ich aber immer noch Bolzen. Wer hat denn Bolzen hier für mich? Der war noch ein Händler, glaube ich. Das Taschentiebstellen-Dev. Mich echt, dass der da so Bolzen... Was habe ich denn jetzt für einen Bogen? Mal gucken. Ach, den Assassinbogen mit 50. Nee, 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 nee. Ich habe echt keine Pfeile mehr. Ihr müsst doch irgendeiner scheiß Verklackt nochmal Pfeile haben. Taschentiebstahl, hör doch auf. Ach, oben der Ork. Hier in der Burg. Ähm, der, 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 der ist, der ist, der ist, der ist. Ach, halt doch die Fresse. Nein, der Typ da in der Kammer hat. Der so klingt wie Walter Bishop von Fringe oder wie von... Es gibt so vieles, wie die klingen hier. Stimmt, der trainiert mich doch auch an Stärke. Mach mal, komm. Schwertmeister. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ach, ich habe Stärke... Ach, scheiße, ich habe keine Ahnung. Kack drauf. Jetzt bin ich aber so stark. Für ein Bastardschwert. Mit 100 Schaden plus 10. Also 110. Nice. Taschentiebstahl machen wir aber nicht. Wie sie schlägt. Ach, glaube ich. Yurik? Da haben wir es wieder. League of Legends. Yurik. Pfeil. Gott sei Dank. Hier rechte Ork-Rüstung. Söldner-Rüstung. Ork-Söldner-Rüstung. Ach, wir können ein paar Bastardschwert verkaufen, ne? Zeig mit. Zeig mit denen einfach. 24.000. Jo. Ork-Söldner-Rüstung. Oh, die wäre geil. Gibt Schutz. Übelst. Zerschmettern vor Klingen. Hm. Aber ich bin ein Rebell. Ich möchte euch ja noch alle hintergehen. Euch haue ich noch die Fresse blau. Euch möchte ich hier... ...den Zeig bringen. Jetzt haben wir erstmal die Wölfe. Ich möchte... Das ist erstmal das Nächste. Ich kann nicht schon gleich zur nächsten Stadt springen. Das war früher immer mein Fehler. Ich bin einfach weitergesprungen. Habe aber nie hier... ...Monterra zum Beispiel, glaube ich, zu Ende. Moende. Moende gebracht. Ich kann mich einfach auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das getan hätte. Deswegen... So. Gut haben wir. Gucken wir mal. Oh, 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 oh. Oh ja, läuft. Wupp. Ah. Ja, ja, komm, ist gut. Hier, komm, 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 komm. So. Haben wir. Safe. Ah, siehste. Das nächste Tränkebrauen. Ah, es ist so viel, was ich noch auf dem Plan habe eigentlich. Steht hinten eine? Wäre das das? Das Scavenger-Pack hier. Hier ist aber südlich noch eine Höhle, hat er doch gesagt. Da. Ist das eine Höhle? Ja. Da oben waren die Banditen, ne? Streunender Wolf. Ah, wir können durchkommen. Guck mal, da unten sind noch ein paar Wölfe. Da ist eine Truhe. Alles klar. Easy. Grün. Ich hoffe, es kommt auch nur der. Zu früh gehofft. Alter, 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 alter. Ich habe euch nicht gespeichert zwischendurch. Ne, 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 ne. Könnt ihr, könnt ihr. Kommt ihr gleich mal mit. Kommt ihr mit? Kommt ihr. Kommt ihr. Hilfe? Der eine rennt weg, na toll. Hau doch drauf. Alter, alter, alter. Hör doch auf. Hau doch einer drauf. Alter. Ja, Soundbugs haben wir jetzt auch noch. Alter. Alter, diese Soundbugs sind auch so... Alter, hallo. Ja, das ist von dummen Leuten, die... Ihr seid so dumm, alter. Alter, das... Durch eine ganze bekackte Stadt lasse ich mich jagen. Von einem Wolf. Ich muss mal eine Taktik entwickeln. Irgendwie kämpft er noch nicht so gut, wie ich wollte. Als Schwertmeister, glaube ich, macht er zu krasse Hiebe. Das ist dumm. Gleich schneiden die Stellen ein. So. Hä? Was ist denn hier los? In der Rebellen. Oder was? Wie geil ist das denn? Lass mich in Ruhe. Mach hier nicht zu einem Aufsehen. Oder willst du, dass die Orks uns entdecken? Äh... Die Rebellen haltet euch gefährlich nahe der Stadt auf. Wenn wir könnten, würden wir den ganzen Laden stürmen. Leider sind die Orks in der Überzahl. Wir würden es wahrscheinlich nicht mal, bis zu den Tempelanlagen schaffen. Wir haben ja schon einen unserer Männer bei den Orksheltern eingeschleust. Aber der scheint irgendwie zu pennen. Was ist deine Aufgabe? Er ist mal da. Ich suche nach einem Weg, die Sklavenlagerwachen zu beseitigen. Ich mach gleich mal einen Regen weiser. Doch leider schlagen die Orks gleich ein. So, warte mal, warte mal, warte mal. Erst mal der Sound. Regen ist ja nicht nervig. Überhaupt nicht. So, haben wir. Komm her. Und nochmal, zu viele Orks im Sklavenlager? Das kann man ändern. Zu viele Orks im Sklavenlager? Das kann man ändern. Wie denn, du Schlaumeier? Wenn die Sklavenlagerwachen alle auf einmal angestürmt kommen, sind wir geliefert. Man müsste sie einzeln zu fassen kriegen. Wer ist euer Spitzel bei den Söldnern? Wenn ich dir das sage, kann ich mich ja gleich den Orks stellen. Du musst mir schon beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Ja, ja, kriegen wir hin. Pass auf. Ähm. Machen wir so. Ich lasse mir was einfallen, um die Sklavenlagerwachen herauszulocken. Ja, easy. Die Orks können zwar besser mit Echsen umgehen, als mit ihrem Verstand, aber dumm sind sie auch nicht. Das sind Orks. Also, was ist das Problem mit den Spitzel bei den Söldnern? Wir haben der Stadt in letzter Zeit sehr geschadet. Die Orks haben nichts bemerkt. Aber die Söldner sind vorsichtiger geworden. Ich vermute, dass ich unser Spitzel deshalb zurückhält, um nicht enttarnt zu werden. Okay, also die Söldner wollt ihr eine Boxen. Ich kann aber auch eigentlich zu den Söldnern hier, wenn ich fast gleich eine Höhle habe oder unten. Das Feuer ist doch was Feines. Ja, das stimmt. Kann ich hier nicht gleich... Warte mal. Nee. Ich habe irgendwie... Es gab mal einen Schnelllupen. Moment. Wollte ich auch gucken. Ich habe so viele Dinge auf dem Schirm. Springen. Springen. Rückverwandlung, Eingabe. Alles nehmen. Uh. Oh, okay. Was habe ich denn auf E? Achso, nach rechts gucken. Und R. Habe ich irgendwas auf R? Warte mal. Nö. Kann ich doch mit R einfach schnell looten? Wollen wir das nehmen? Wollen wir das nehmen? Nee. Hä? Womit ist denn R verknüpft? Hä? Ziel fixieren? Ziel fixieren. Jupp. Ziel fixieren ist mir eh zu doof. So. Dann pass mal auf. Den Würfen... Oh, ich wollte gerade sagen, da liegt er schon. Warte mal. Wir können doch nochmal gucken. Zwei. Machbar. Alter. Zwei. Hör. Zwei. Pfft! Fall ins Gesicht. Was? Da. Haha, Taktik. Erwischt. Achso, R? R? Hä? Wie ging denn das schnell plündern? Äh. Puh. Alles nehmen. Ja gut, muss ich, mach mich nur mal schlau ein andermal. Das machen wir jetzt ja nicht. Zum Beispiel auch nicht, dass er sich nach allem hier bückt und so, weißt du? Da gab es irgendeinen Trick. Ich komme, oh alter, die Hülis ja, oh Gott. Oh Gott, da geht es ja noch weiter. Oh shit. Oh, starke Hülis und Schnaps. Hm. Wie viel sind denn das da hinten? Ist hier irgendwas Erzmäßiges? Nee, ist doch gar nichts, ne? Oh ja, komm her, los geht's. Oh, nö, oh nö. Weißt du was? Oh, brauche ich nämlich mit. Ihr kommt mal mit in die Stadt. Oh. Wo doch nicht? Hallo? Oh. Na. Hä? Ich bin schon an der Ecke hier festgepackt, was? Hä? Loll. Auf ein neues. Ah. 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 Hallo? Uah. Fliege Streunwölf und töte sie. Puh, das waren sie. Super. Knapp, 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 ihr kleinen Säcke. Puh. Ich finde es ja immer so elendig, vor allem tot, tot, ne? Das darf man nicht vergessen, wenn man muss beim Speicher immer. Sind wir mal so frisch? Huch. Ist ja wirklich keiner mehr. Ich renne hier einfach rein. Warum nicht? Dämonenpilz. Klingt ja geil. Und Wenzelschwert hätte ich auch. Das heißt, ich müsste aber wieder zurückgehen, um ihn das zu bringen. Hier, komm. Bogen. Bolzen. Eislands. Oh, ich sehe schon. Nebelheilung. Ja. Ja. Kann man. Da. Wenzelschwert. Ah, ich habe noch das falsche Schwert an. Oh, lol. Mein Schwert. Gesegnet. Plus 80. Meins ist selbst geschmiedelt. Geschmiedelt. Geschniedelt ist meins. Hm, was ist denn das da? Oh, Ring. Schutz vor Geschossen. Blitzbeschwören. Wein. Gegengift. Apfel. Ja. Kann man nicht mehr gerne. Was ist denn hier so dunkel? Das muss so. Okay. Natürlich regnet das in der Höhle, dass der Sound hier drin auch sein muss. Ey, dieses Spiel. So, die Wölfe hätten wir. Ich bin mir noch mit den Banditen da oben unsicher. Ich würde aber trotzdem mal gucken, ja. Warte mal, ich sehe noch hier ein Kraut. Herrscherkraut? Feuernisse? Herrscherkraut, habe ich mir gemerkt. Je mehr Gossig man spielt. Ach, eine Blutfliege. Jupp, hätten wir. Na? Na, da oben ist doch, das ist doch, genau, da sind die Banditen. Ich meine, ich weiß nicht, ob die mich gleich boxen. Könnte ich nicht theoretisch das in die Orkstadt ziehen? Leichter Bandit. Ich weiß halt echt nicht, was mich erwartet. Schnellspeichern. Oh. Oh. Oh, alter, nee. Nee, 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 nee. Ooh. Nee, 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 nee. Tschüss. Das war ich nimmer. Hier die Laufbahn auch vorausrechnen ist auch ganz toll hier in Gothic. Zack. Beste Kombination E-Wäre. So, dann machen wir erstmal hier die Orks. Holen wir einmal einen raus. Einen nach dem anderen sagte er ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Siehst du nicht? Blabla. Ich ein paar... Jaja, komm. Jetzt machen wir ein Reptil weg. Seiner Meinung nach ein Reptil. Mücken im Anmarsch. Waldbären. Boah. Leg mal einen Gang ein hier. Er weiß natürlich auch sofort wohin. Fokussier mal nicht. Nicht den, Alter. Nimm den Ork. Alter. Ich krieg noch... Alter, warte mal. Wieso wechselt er denn nicht? Das ist eine Scheiße, eh. Ziel fixieren. Ende. Hat die schon was? Oh, shit. Kuh auch. Ende. Kann ich gar nicht. Es ist... Der nimmt den Ork nicht ins Visiv. Dann machen wir mal so hier. Zumal der gleich tot ist. Alter, Gott sei Dank. Alter, der ist doch gleich tot. Wieso kann ich den nicht anwes... Ach, wahrscheinlich, weil der freundlich ist, was? Ja, tot ist er. Hat er einen Pfeil gekriegt. Puh. Wenn die Orks-Söldner mitkriegen, dass wir ihre Wachen dezimieren. Also sei vorsichtig. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. So, und er sollte mal lieber erstmal schön was essen. Und regenerieren. So. Steht das um ihn? Das steht nicht gut. Schnell speichern. Das steht echt nicht gut um ihn. Noch ein Ork. Da muss ich den aber gleich hingehen und ihm Visier behalten. Ich konnte ihn nicht ins Visier... Nichts, habt ihr ja gesehen. Ich beobachte nicht. Ich weiß nichts davon. Was ist los? Kannst du jagen? Ohohoho. Naja, ich weiß ja nicht. Ich werd's dir beweisen, du Grün-Schnabel. Ja, 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 ja. Die Schnab... So, jetzt holt er unser Reptil genauso. Ich kürze das immer so ein bisschen ab. Weil sonst ist es nur Text und wir möchten ein bisschen was sehen und erleben, ne? Juhu. Dutsch. So, Ende. Kann ich nicht. Ich kann ihn echt nicht. Geht nicht. Seht ihr? Alle, die Grün sind, kann ich nicht. Hä? Ich krieg ein... Ich treffe ihn noch nicht mal. Liebens ist er schon halbwegs vollgeladen. Alter, diese Kack-Rebellie hinter mir. Loll. Einer am anderen. Und den nächsten. Waren da noch nicht mehr? Da stand auch keiner mehr. Ach! Stimmt, die dahinter links. Warum auch noch? Machen wir. Pass auf, pass auf, pass auf. Holen wir ran. Die ziehen wir. Beide gleichzeitig? Ne, das wird krank. Dein Boss sucht dich. Was will er denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Frag ihn selbst. Wo ist er denn? Er wartet auf dich. Ein Stück den Südweg runter. In Ordnung. Ich gehe. Ach, das Wasser fast nie zum Trinken. Scheiße, ist das schwer. Scheiße, ist das schwer. Scheiße. So, geht nicht. Geht nur hier wieder. Ich muss mal durch hier. So. Den Rebell kannst du ruhig angraufen, du Sack. Stört mich, Alter. Der hat schon einen Pfeil durchsiebt. Aber dass ich halt auch gar keine EPs mehr kriege, nervt mich. Sehr schön, das war meiner. So, Gruß war Ruck. So. Ach so, mal gucken, was er sagt. Ich kann es vergessen. Reicht ihm das schon? Und weitermachen. Bis Montera fällt. Eine andere Chance haben wir nicht. Soll ich jetzt nicht ein Stück für Stück einsetzen? Hat der nicht alle Latten am Zaun? Weißt du was? Das checken wir unterwegs. Das machen wir nicht so früh. Ich suche mal die nächste Woche. Und wir sehen uns. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann.